Ob zur Thromboembolie-Prophylaxe, Schmerzmittel oder Insulingabe, die subkutane Injektion ist eine der ersten wichtigen Techniken, die Pflegende in der Praxis erlernen. Bereiten Sie alle Materialien auf einer desinfizierten Arbeitsfläche vor. Sie benötigen eine Spritze mit dem zu injizierenden Medikament. Für diesen Film verwenden wir eine Fertigspritze mit automatischem Sicherheitssystem. Weiter benötigen Sie Hände- und Hautdesinfektionsmittel und sterile Handschuhe, Tupfer und einen Kanülenabwurf. Beachten Sie beim Umgang mit Medikamenten immer die 5R-Regel. Erstens, richtiger Patient. Zweitens, richtiges Arzneimittel. Drittens, richtige Dosierung oder Konzentration. Viertens, richtige Applikationsart. Fünftens, richtiger Zeitpunkt. Informieren Sie den Patienten und desinfizieren Sie sich die Hände. Bereiten Sie das Material vor und wählen Sie eine geeignete Injektionsstelle aus. Möglich sind Oberarm bzw. Oberschenkel, Außenseite oder die Bauchdecke. Am Bauch ist meist genügend Subkutangewebe vorhanden, sodass sich eine Hautfalte leicht abheben lässt. Zudem wird hier das Medikament am schnellsten resorbiert. Ziehen Sie die Einmalhandschuhe an und desinfizieren Sie die Injektionsstelle. Beachten Sie dabei die vorgeschriebene Einwirkzeit. Heben Sie die Hautfalte ab, dann stechen Sie die Kanüle senkrecht in die Hautfalte ein und injizieren Sie das Mittel ohne vorherige Aspiration. Belassen Sie die Kanüle anschließend noch einige Sekunden in der Subkutis, um einen Medikamentenrückfluss zu vermeiden. Entfernen Sie die Kanüle zügig und lassen Sie dann die Haut los. Dabei verschließt sich der Stichkanal. Ein zu frühes Loslassen kann zu kleineren Gefäßverletzungen mit Hämatombildung führen. Bei der Sicherheitsspritze stülpt sich eine Schutzhülle über die Kanüle, sodass Nadelstichverletzungen ausgeschlossen sind. Entsorgen Sie die Spritze in der Kanülenbox. Komprimieren Sie die Einstichstelle kurz mit einem trockenen Tupfer. Vermeiden Sie kreisende oder reibende Bewegungen, da dies die Bildung von Hämatomen begünstigen kann. Achten Sie auf Nachblutungen und unterstützen Sie, wenn nötig, den Patienten bei der Lagerung. Desinfizieren Sie sich die Hände und dokumentieren Sie die Maßnahme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017